Ja, also wir sind eine Praxis für Osteopathie und Physiotherapie. Wir sind zwei junge, dynamische Frauen, die in Neuwied-Feldkirchen in einer gemütlichen, schönen Praxis zusammen super gerne Menschen behandeln. Genau. Wir sind auf der richtigen Seite des Reis. Und dadurch, dass wir haben Familie und die Kinder sind alle in irgendwelchen Vereinen und wir sind vernetzt und total eingebunden in unsere Region. Und deswegen ist es einfach, hier so ein Event und auch das sponsern zu können, dass die Kids einfach zusammen Spaß haben, ist uns super wichtig. Das war eigentlich auch der wichtigste Punkt, diese ganze Geschichte zu unterstützen. Das Fördern auch. Das Fördern der Kinder, der Zusammenhalt. Der Spaß. Miteinander, genau. Weil Fußball verbindet. Fußball verbindet die Nation. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil es toll ist, dass alle miteinander Spaß haben können und aktiv sein können. Aktivität und Spaß ist uns ganz wichtig. Das war super. Das war total unkompliziert und easy und zack war das geregelt. Ja. Sehr angenehm. Mit Frau Wieler auf jeden Fall. Sehr netter Kontakt. Ja.